Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es Empanadas, aber nicht, wie sie eigentlich die meisten kennen, in der herzhaften Variante. Ich habe heute eine weihnachtlich süße Variante für euch. Es gibt nämlich bei mir süße Empanadas mit einer lecker fruchtigen Bratapfelfüllung. Teile Dein Weihnachten ist der Adventskalender bzw. die Weihnachtskampagne von Adveniat. Adveniat hat übrigens mein Video heute auch unterstützt. Der virtuelle Adventskalender Teile Dein Weihnachten. Hier öffnen sich jeden Tag Türchen. Heute bin ich dahinter mit meinem leckeren Rezept. Aber es gibt natürlich auch jeden Tag ein neues Türchen, hinter dem sich viele, viele schöne weihnachtliche Sachen, sei es Rezepte, Basteln, Ideen oder vieles mehr verbirgt. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Adveniat setzt genau da an, wo Hilfe am nötigsten ist. Trotz der Krisen auch, die wir gerade durchmachen, ist Lateinamerika seit Corona und seit dem Ukraine-Krieg definitiv wieder zurück auf der Landkarte des Hungers, der Not und des Elends. Wir teilen alle unser Weihnachten, beschenken viele, viele Menschen, die wir besonders lieb haben, die uns sehr am Herzen liegen. Aber vergesst nicht die Menschen, die es noch viel, viel nötiger haben. Und wenn es noch so eine klitzekleine Spende ist, jede Spende bei Adveniat zählt. Jede Spende kann große Wellen schlagen. Adveniat hilft mit seinen Projektpartnern vor Ort den Armen, die am Rande von Lateinamerika und der Karibik leben. Adveniat finanziert sich zu 95% aus Spenden und setzt genau da an, wo die Hilfe am allernötigsten ist, nämlich an der Basis bei der Armut. Teile auch du dein Weihnachten und hilf den Menschen, die wirklich auf unsere Hilfe angewiesen sind. Ich teile als allererstes mein Weihnachten mit euch, mit meinem leckeren Empanaderezept. Und mit wem ich noch teile, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Als allererstes wird der Teig zubereitet. Hierfür gebe ich Mehl in eine Rührschüssel zusammen mit Zucker, einer guten Prise Salz und kalter, gewürfelter Butter. Mit den Händen wird die Butter nun in das Mehl eingearbeitet, bis keine groben Butterklümpchen mehr zu spüren sind. Und dann kommt geschmacksneutrales Öl dazu, Sonnenblumenöl, Pflanzenöl, Backöl, ganz egal, es sollte geschmacksneutral sein. Und wird zusammen mit einem Ei unter das Mehl-Butter-Gemisch geknetet. Ist beides gut eingeknetet, wird etwas Vanilleextrakt oder Vanillearoma, gerne auch ein Päckchen Vanillezucker, falls ihr dieses eher zu Hause habt, sowie kaltes Wasser nach und nach dazugegeben. Der Teig wird nun so lange geknetet, am besten, wenn alles grob zusammengekommen ist, auf die Arbeitsfläche geben und den Teig etwa 5 bis 8 Minuten gut durchkneten, bis ein schöner, gleichmäßiger Teigling entstanden ist. Der Teig ist von der Konsistenz nicht ganz weich, aber auch nicht zu hart. Er sollte richtig schön geschmeidig sein, dann kommt er in die Schüssel zurück, die Schüssel wird abgedeckt und so muss der Teig 2 Stunden im Kühlschrank ruhen. Die Bratapfelfüllung muss auch vorbereitet werden, denn auch diese sollte mindestens 2 Stunden kühl stehen und durchziehen. Dafür werden die Äpfel geschält, halbiert und geviertelt, das Kerngehäuse wird herausgeschnitten und anschließend werden die Apfelfiertel zuerst in dünne Scheiben und dann in kleine Stücke geschnitten. Die Apfelstückchen werden nun in eine Schüssel gegeben. Dazu kommen Rumrosinen. Verwendet dazu gerne eingelegte Rumrosinen. Diese könnt ihr am Abend zuvor in etwas Rum einlegen und am nächsten Tag verwenden. Wer keinen Rum verwenden möchte, kann die Rosinen selbstverständlich auch so mit dazugeben oder wer gar keine Rosinen mag, kann sie selbstverständlich auch komplett weglassen. Dazu kommen natürlich noch die übrigen Zutaten, nämlich Zitronenschale, brauner Zucker, Zimt, Marzipan, dieses wird am besten dazu geraspelt und gehackte Nüsse, Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse. Hier könnt ihr ganz variabel sein. Wer mag, kann noch etwas Vanilleextrakt dazugeben und wenn die Masse sehr trocken ist, gebt ihr wahlweise entweder etwas Rum dazu oder wer keinen Rum verwenden möchte, gerne etwas Apfel oder Orangensaft. Die Bratapfelmischung wird nun abgedeckt und muss für mindestens zwei Stunden zum Durchziehen in den Kühlschrank gegeben werden. Der Teig ist gut durchgekühlt, die Bratapfelfüllung ist durchgezogen und nun wird der Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche ausgerollt, auf eine Dicke von etwa zwei bis drei Millimeter. Nicht ganz so dick, aber auch nicht so super dünn, weil wenn er zu dünn gerollt ist, dann reißt euch der Teig beim Zusammenfalten gegebenenfalls ein. Wenn der Teig ausgerollt ist, nehmt ihr euch einen Ausstecher oder einen Teller oder einen Behälter mit einem Durchmesser von etwa zwölf bis vierzehn Zentimeter und stecht oder schneidet damit Kreise aus. Ich habe hier einen Behälter, der hat zwölf Zentimeter Durchmesser, das hatte perfekt gepasst und so habe ich nachher 20 süße Empanadas herausbekommen. Den restlichen Teig, den knetet ihr selbstverständlich wieder zusammen, könnt ihn nochmal ausrollen und könnt diesen natürlich auch verwenden. Auf die ausgestochenen Kreise kommt nun ein Esslöffel der Bratapfelfüllung, dann werden die Kreise zu Halbmonde zusammengedrückt, den Rand schön feste zusammendrücken und verschließen. Für einen schönen Rand der Empanadas nehmt ihr diese am besten auf eine Hand, befeuchtet den Rand mit ganz wenig Wasser, zieht ein Stückchen Teig heraus und klappt es wieder ein. Und so macht ihr das einmal im Halbmond drumherum, gebt sie anschließend auf ein mit Backpapier belegtes Backblech, werden noch mit verquirltem Eigelb eingestrichen und kommen anschließend in den vorgeheizten Backofen für etwa 20 bis 22 Minuten. Wer mag, kann die Empanadas vor dem Servieren noch mit etwas Puderzucker bestreuen. Teile auch du dein Weihnachten mit den Menschen, die zu 100% auf unsere Hilfe angewiesen sind, denen es aktuell wirklich überhaupt nicht gut geht. Hinterlass eine Spende und wenn sie noch so klein ist, jede Spende zählt. Teile deinweihnachten.de, den Link findet ihr in der Infobox. Schaut auf jeden Fall in die Infobox. Dort gibt es nämlich auch den Link zum Adventskalender von Adveniat. Schaut jeden Tag vorbei, denn jeden Tag öffnet sich dort ein Türchen mit einem ganz, ganz tollen Beitrag. So auch heute hinter meinem Türchen versteckt sich mein leckeres Empanada-Rezept. Dort findet ihr übrigens auch das Rezept zum Nachlesen und Downloaden. Und es gibt auch ein Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich eins meiner Backbücher Lieblingsrezepte gewinnen. Dafür drücke ich euch schon mal ganz fest die Daumen. Folgt auf jeden Fall dem Link in der Infobox. Teile deinweihnachten.de slash Adventskalender. Ich teile übrigens auch mein Weihnachten weiterhin mit den Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, nämlich die Werbeeinnahmen, die mit diesem Video hier auf meinem YouTube-Kanal zusammenkommen, sei es durch die Werbeeinblendung, Werbeblöcke oder auch durch den Supersticker bis zum Heiligabend. Alles, was hier zusammenkommt, wird zu 100% von mir an Adveniat gespendet. Ich wünsche euch nun noch weiterhin eine wunderschöne vorweihnachtliche Zeit, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut!